ITH Schraubtechnik Im Zentrum unseres Handelns steht das Wichtigste, unser Kunde und seine Anforderungen. Und hier werden die Anforderungen in die Tat umgesetzt. Jedes Schraubwerkzeug ist das Resultat aus fundiertem Ingenieurswissen und jahrzehntelangem Know-how im Bereich Schraubtechnik. Mit einer Fertigungstiefe von über 90% am Hauptsitz in Meschede gewährleistet ITH dem Kunden die beste Qualität, Flexibilität und schnelles Handeln weltweit. Unser qualifiziertes und engagiertes ITH-Team stellt eine hohe Qualität der Produkte sicher. Intelligente Mess- und Steuersysteme entwickeln wir seit jeher im eigenen Haus. Seit über 40 Jahren als Familienunternehmen, heute in der zweiten Generation, realisieren wir große Projekte in unterschiedlichen Branchen. Viele dieser Projekte sind einzigartig. Der ITH-Qualitätsanspruch bedeutet Hingabe bis ins letzte technische Detail. Wir verbinden das Wissen aus Schraubwerkzeugen, Engineering, Verbindungselementen und Service. Diese Verbindung macht uns zum weltweit führenden Systemlieferanten in der Schraubtechnik. Jeder Tat bringt neue Herausforderungen, um unsere Ideen in die Tat umzusetzen. ITH liefert Schraubwerkzeuge für unterschiedliche Branchen, wie zum Beispiel für Kranen, Turbinen, Anwendungen im Maschinenbau, Willkraftanlagen und vollautomatisierte Verschraubungssysteme. Durch unser modernes Logistikzentrum gelangen unsere Schraubwerkzeuge schnell und termingerecht zum Kunden. Auch beim Kunden vor Ort bieten wir fachgerechte Wartung und Instandhaltung. Mit international zwölf Niederlassungen und einem weltweiten Vertriebsnetz garantieren wir stets die Nähe zu unserem Kunden. ITH schafft Verbindungen. Verbindungen zwischen Bauteilen, Verbindungen zwischen Kontinenten und somit Verbindungen zwischen Menschen. ITH verbindungen.